Das ist kein Traum, kein Traum, wir benutzen das elektrische System, die uns geirrt als Empfehler. Wir sind nicht in der Lage durchfragen, um unser verletztes Bewusstsein zu finden. Sie erfangen diese Übertragung wie einen Traum, wir sind aus dem Jahr. Ich hab die Zukunft gesehen, ich konnte nichts genau erkennen, alles verschwommen, vor lauter Tränen. Nichts ist wahr, was nicht vorher auch ne Rüge war, das gleiche Scheißdrehbuch, was sich ändert ist die Kamera. Wir haben nichts aufgebaut, haben nichts zerstört, haben nichts verloren, weil uns auch nichts gehört. Sind nur ein winziges Zahnrad in der Maschinerie, ne Speichel in nem Fahrrad, aber das kapieren wir nie. Worum die Welt sich dreht, werden wir nie verstehen, wohin die Reise geht zu spät, ihr werdet sehen. Auf der Suche nach uns selbst, Wettlauf mit der Zeit, ein weiterer Tag in Unentschlossenheit. Ich dachte immer, ein Blick nach vorn wird sich lohnen, als ich die Zukunft sah, verlor ich meine Religion. Ich sah die Welt nicht mehr, verstand die Welt nicht mehr, Altes fehlt mir sehr, Altes zählt nicht mehr. Die einen halten sich fest, dass alles bleibt wie es ist, andere warten auf Veränderung. Ist der gleiche Mist, die gleichen Imperien, die gleichen Rebellen, nur ihre Positionen schwanken wie Werte auf Tabellen. Dieselbe Welt, dieselben Fragen, dieselben Probleme, dieselben Klagen, was soll ich sagen? Jeder bleibt in seinem Eck verdeckt, verdammt, verstand, versteckt und wir warten bis der Geist verrückt. Morgens sieht die Welt schon anders aus, das hält uns am Leben, denn sonst hält man das nicht aus. Doch was ist, wenn dies alles gar nicht stimmt? Die Welt läuft auf Plan und alle Träume wären voll stimmt. Morgens sieht die Welt schon anders aus, das hält uns am Leben, denn sonst hält man das nicht aus. Doch was ist, wenn dies alles gar nicht stimmt? Nichts, wenn gerade Träume wären nur, was sie sind. Unwissenheit, die Basis von Philosophie, so viel geschieht ganz ohne das Wissen wie. So ist die 3 in der 1 schon drin, Logik des Lebens, aber meins macht keinen Sinn. 2000 davor, 600 danach, es gab nie die Stunde Null, aber darüber denkt wohl niemand nach. Schwer zu erkennen, welchen Sinn hat der Wahn, die Bibel nur ein Buch, Illuminatus nur ein Roman. Graffiti nur Kunst und Rap nur Musik und auch der einzige Grund, warum ich manchmal dieses Leben lieb. Sind nur Figuren in einem Traum und wenn er einmal aufwacht, dann existieren wir nicht mehr. Berge fließen wie Wasser, in Zeitraffel gesehen, selbst ich als Verfasser, kannst nicht fassen, keiner rafft es geschehen. Pharaonen, die auf Thronen sitzen, Leibeigene, die im Thronendienst schwitzen. Baum mit Hacken und Spitzen, Pyramiden mit goldenen Spitzen, um dem Göttlichen näher zu sein. Was wird morgen sein? Sprechen wir von unseren Überzeugungen und was wir darüber lernen können. Wir glauben, die Natur sei stabil und die Zeit konstant. Materie hat eine Substanz und die Zeit eine Richtung. Es liegt Wahrheit in Fleisch und in der Erde. Der Wind mag unsichtbar sein, aber trotzdem ist er real. Genauso wie Rauch, Feuer, Wasser oder Licht. Auch wenn diese Dinge nicht kreifbar sind, wie Stahl oder Stein. Die meisten denken, wenn sie sich die Zeit vorstellen, an einen Fall. Weil an jeder Ruhe einer ist. Eine Sekunde ist eine Sekunde für jeden Menschen. Ursache gibt der Wirkung voraus. Obst verformt, Wasser fließt nach unten. Wir werden geboren, wir eilen, dann wir sterben. Es ist nie umgekehrt. Nichts von dem ist wahr. Verabschiedet euch von der klassischen Realität. Weil unsere alte Logik zusammenbricht. Verabschiedet euch von der Karte.